Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Profis aus der Region zeigen heute, wie es geht. Beim großen Weihnachtsbacken der Handwerkskammer in Wiesbaden lassen sie hinter die Geheimnisse von Zimtstern und Co. gucken. Da wollen wir natürlich dabei sein. Und wir dürfen sogar mitbacken. Aber vorher schauen wir uns die zahlreichen Stände im Meistersaal der Handwerkskammer an, wo man die Leckereien kosten und natürlich auch kaufen kann. Dort gibt es viele aufwendige Spezialitäten der Bäcker und Konditoreien aus der Region. Herr Reb, das ist ja toll besucht hier heute. Ist das das erste Mal? Wir hatten vor drei, vier Jahren schon mal eine gleich ähnliche Veranstaltung. Da ging es nur um Chocolatiers, Pralinenherstellung. Und die war mit Sicherheit genauso gut angenommen worden. Das sind ja auch echte Leckereien hier. Können Sie da wieder stehen? Ja, man sieht es mir an, dass ich eigentlich für alle Genüsse, ob das jetzt die süßen oder auch die herben Sachen sind, immer gut anzusprechen bin. Und das war schon bei mir früher so, wie ich auch noch selber auf Montage mit rumgefahren bin. Da bin ich gerne in eine Bäckerei gegangen, habe mich hinten angestellt und habe mir erst einmal den Duft auf mich wirken lassen. Von frischem Brot, den ganzen Teilchen. Und das war für mich immer wieder ein tolles Erlebnis. Es geht es ja heute auch darum zu zeigen, was so ein bisschen dahinter steht, dass das ein besonderes Handwerk ist, solche Leckereien produzieren zu können. Ja, das ist ja eben der Unterschied, dass man eben von dem Meisterbetrieb, der wirklich eigene Rezepte hat und auch sich über Jahrzehnte oder vielleicht schon manchen Bäcker, der ist ja schon 300 Jahre alt bei uns in der Kammer, was die für Rezepte haben und wie die letztendlich beim Kunden ankommen gegenüber anderen Mitbewerbern, die nicht handwerklich produzieren. Verstehe. Also heute kommt auf jeden Fall hier alles gut an. Zum Angebot gehört auch im Außenbereich das Backmobil von St. Bonifatius. Julia Faut, die für die sieben Kitas der Kirchengemeinde verantwortlich ist, erklärt uns, wie es funktioniert. Frau Faut, Sie betreuen das Backmobil für St. Bonifatius. Wie ist es entstanden? Unsere sieben Kindertagesstätten sind alle nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in ihrer Mittagsverpflegung zertifiziert worden. Das heißt, die Kinder bekommen ein ausgewogenes Mittagessen und bekommen dann alles, was sie bei uns von Frühstück bis zum Nachmittags-Snack ist dann entsprechend ausgewogen zusammengestellt. Und dazu gehört aber nicht nur das Essen, sondern auch, dass die Kinder Ernährungsbildung mitbekommen bei uns und dass sie dann eben von kleiner Lebensmittelkunde über hygienische Aspekte, ich wasche mir, bevor ich koche, die Finger und ich lecke den Löffel, den abgeschleckten Löffel stecke ich nicht nochmal in den Topf zum Probieren und so. Das gehört alles dazu, inklusive dann eben auch der motorischen Fähigkeiten, dass wir eben mit den Kindern dann Gemüse schnippeln oder Brote schmieren oder Teige anrühren, dass sie Teige kneten können. Und da kam die Idee, dass wir uns vielleicht ein Backmobil anschaffen könnten, was die sieben Kitas bereist und wo Kinder dann quasi alles vom Korn bis zum Brot, den ganzen Entstehungsprozess lernen können. Und wir dürfen heute mal ein bisschen mitbacken. Sie dürfen heute mitbacken, genau. Sie können sich jetzt gleich Ihre Brotstange machen. Aus den Teigstücken der Östrich-Winkler Bäckereistalter dürfen auch wir Stangen formen, die wir individuell mit Speck, Zwiebeln und Gewürzen anreichern können. Sehr lecker! Sie werden bei 300 Grad im Backmobil gebacken. Kein Wunder, dass sie im Wortsinn weggehen wie warme Semmeln. Was für eine leckere Einstimmung in die Adventszeit, oder? Dafür wünsche ich Ihnen ganz, ganz schöne Tage. Und ob Sie jetzt selber backen oder beim Bäcker um die Ecke oder Ihrem Lieblingskonditor zuschlagen, denken Sie daran, die Diät beginnt erst im Januar. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Selbstversuch. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihr und eure Birgitta Lampard